hier sind die astro antwort impulse mein name ist annie dillmann und jetzt gibt es auch schon relativ frühzeitig dein tarot karten reading für den november 2024 guck mal eine an was hat sich denn hier rausgelegt irgendwas ist hier liegen geblieben das muss eine bedeutung haben da ich jetzt einfach mal losgequatscht habe und jetzt überhaupt noch nicht an irgendwas böses gedacht habe tue ich die jetzt mal wieder rein und ich bin jetzt mega gespannt ob die karten sich tatsächlich hier in dem bild zeigen ja lieber wieder ich hoffe es geht euch gut erfreut euch bester gesundheit in jeder hinsicht trotz des wunderschönen herbst wetters habe ich mir gedacht ich muss jetzt trotzdem für euch noch ein paar videos drehen es wird jetzt auch nicht mehr lange dauern bis die jahreslegungen rausgehen ich bitte um verständnis ja dass ich im moment nicht ganz so viele videos mache mich relativ beschränke das hat einfach berufstechnische gründe und deswegen musste ich mich ein bisschen zurücknehmen wir fragen jetzt erstmal nach der hautenergie für den november 2024 guck mal hier haben wir schon wieder zwei energien die kommen hier oben hin die singles sind natürlich hier extrem einbezogen in diese monatslegung weil es ja auch keine extra single legungen gibt im moment wir haben hier einmal den zwischenmenschlichen bereich wir haben den 3d bereich ich lege jetzt erst mal die tarot bilder aus und dann kann man später noch klären mit dem gilded reverie lenormand und mit den romans angel oracle cards leute was ist heute los das ist zu viel was haben wir denn hier zehn der münzen drei der schwerter entscheidungen ich habe schon wieder schlimme vorahnungen worum es hier gehen könnte entschuldigung lasst uns aber erst mal weiter gucken woche 1 und hier haben wir schon wieder zwei energien auf einer position und wenn ihr die sternzeichen legung gesehen habt für den oktober hatten wir ja auch immer die sache dass unglaublich viele energien jetzt auf einer position gelegen waren ja ich bin mal gespannt was sich jetzt hier tut woche 1 2 3 haben wir uns lege jetzt noch woche 4 dazu und eine quintessenz energie und dann lasst uns doch erstmal reinschauen was hier los sein könnte so was haben wir denn hier königin der schwerter und sieben der kälte ja das ist jetzt eine gepfefferte kombi konnte es möglich sein liebe wieder dass ihr in einer ganz bestimmten angelegenheit vielleicht erkannt habt dass ihr euch hoffnungen gemacht habt illusionen gemacht habt oder dass ihr luftschlösser gebaut habt jetzt haben wir hier aber noch eine königin der schwerter liegen und die königin der schwerter ist eine luftige energie eine zielstrebige energie eine sehr intellektuelle energie und die königin der schwerter ist eine weiblich intellektuelle energie das ist zum beispiel die energie eines gereiften menschen der zwar wohlwollend und fair anderen menschen gegenüber ist aber durchblick hat könnte es möglich sein dass ihr irgendwo durch geblickt habt irgendwo erkannt habt euch illusionen zu machen irgendwo erkannt habt luftschlösser gebaut zu haben und wir wissen die witter sind eher feurige naturen die witter sind impulsive naturen überwiegend jedenfalls vulgär astrologisch ausgedrückt aber du kommst hier in diesem november passend zur kühlen und nebligen novemberzeit in eine überschauende kühle energie es kann allerdings auch bedeuten es muss jetzt keine illusion sein zum beispiel im emotionalen bereich weil hier wird andere seite ja auch der emotionale bereiche konkret angesprochen es könnte auch hier darum gehen dass es um irgendetwas organisatorisches geht um irgendetwas planendes geht um irgendetwas intellektuelles geht es kann einen anwalt sein der hier angesprochen ist ein steuerberater oder sonst was es kann du selbst hat oft liegt die königin der schwerter kann auch manchmal für eine ex partnerin stehen ein ex partner für die mutter und kann auch dafür stehen dass du selber vielleicht in einer gehobenen position bis in so einer art adler position und du blickst durch alles durch also dir kann man nichts mehr vormachen und du brauchst keine wolken schlösser mehr so können so kriege ich das am ehesten rein natürlich habt ihr alle eine komplett unterschiedliche vita ihr habt ja ganz unterschiedliche berufswege ganz unterschiedliche lebenswege aber bei einigen von euch kann es durchaus sein dass ihr euch jetzt so weit entwickelt habt und ich darf noch mal erinnern an diese karten die gerade eben rausgefallen sind die sprachen auch dafür dass man mit euch keine spielchen mehr spielen kann also wer auch immer jetzt hier privat oder beruflich spielchen mit euch gespielt hat der der kriegt jetzt hier echte probleme denn mit euch liebe witter ist in november nicht zu spaßen schauen wir jetzt erstmal auf den zwischenmenschlichen bereich ich sag mal ganz gerne auch für die singles sehr sehr wichtig welche strömung hier im november sein könnte habe ich es nicht gerade noch gesagt euch kann man nichts mehr vormachen schauen wir noch mal hier auf die hauptenergie es scheint tatsächlich für euch ein sehr emotionaler monat zu sein und was auch immer euch im zwischenmenschlichen bereich nicht ausfüllt guck mal was ihr hier macht ihr macht die flatter ihr haut ab wo eben nichts drin ist in den kälten denkt ihr jetzt auch nichts mehr hier rein und jetzt guckt mal hier was das hier für eine entwicklung ist die sieben und die acht der kälte die sieben ist immer so die sieben der kälte wo alles emotional unklar ist und die acht der kälte ist die energie wo man das begriffen hat und sich in diesem umfeld emotional auch nicht mehr aufhalten will also hier liegt eine königin der schwerter ist jetzt auch egal warum das liegt die königin der schwerter durchtrennt den faden der illusion mit ihrem schwert ja und das passt jetzt hervorragend es kann sein dass einige singles unter euch sich in einer geschichte bewegen und ich spiele noch mal auf die vier karten raus weil die sind nicht umsonst rausgefallen ich wollte sie aber jetzt noch nicht in irgendeine position legen weil ich nicht wusste ob sie hier im bild noch auftauchen einige von euch haben es tatsächlich mit einer wanklmütigen gegenüber man oder frau völlig irrelevant zu tun und dieses spielchen muss schon eine weile hin und her gehen und ihr seid dieses spielchen leid das tolle an der sache ist wenn ihr single seid ihr seid dabei euch in den kompletten selbstwert und die selbstzufriedenheit zu begeben das heißt er geht aus der bedürftigkeit raus und lernt jetzt oder habt euch so weit zurecht geschliffen so weit durchgekämpft dass ihr auch alleine zurechtkommt ich weiß liebe singles das wollte ja immer alles nicht hören aber bevor ich hier mit jemandem zusammen sein kann muss ich aus der bedürftigkeit rauskommen ich muss mit mir selber erst klarkommen können bevor ich mit jemand anders klarkommen kann lasst uns mal hier mit den orake karten noch mal reinschauen was das hier für eine situation sein könnte liebes universum was ist hier los beim wieder es sieht nach stärke und entschlossenheit nach durchblick aus nach nicht duldung von halbherzigkeiten was ist hier los wir haben hier einmal auch du hast dich offensichtlich beraten lassen beratung kann viele gesichter haben das kann kartenleger sein so wie ich oder es können deine freunden sein vielleicht hast du diese schlimme phase der illusion und des aufbruchs auch nur gut hinter dich gebracht weil du tatsächlich unterstützung hat es von deinen freunden hier wird angesprochen wenn du ein feld verlässt das für dich nicht befriedigend ist im zwischenmenschlichen bereich das können auch freundschaften sein aber ich möchte hier hauptsächlich gegenüber und wunschpartner ansprechen damit auch die singles etwas mehr von der erlegung haben es ganz ganz wichtig auch im november der ja manchmal so ein bisschen trist rüber kommt den vielen leuten drückt der november auf der seele bei mir ist es jetzt genau umgekehrt weil ich den november liebe weil der seine tiefe hat bitte sorgt dafür dass ihr viel rauskommt und nicht so viel alleine vor euch hin brütet siehst du ihr habt ein feld verlassen und hier haben wir jetzt schon wieder die bestätigung liebe leute liebe wieder wenn ihr da irgendwas beendet und ich kriege ganz deutlich rein dass ihr diejenigen seid die diese entscheidung treffen etwas hinter sich zu lassen ein unbefriedigendes feld zu verlassen und den eigenen weg zu gehen weil das ist gehört zu den schwersten übungen überhaupt weil wenn wir jetzt an die liebe denken beziehung wir wollen ja alle wir haben wünsche träume hoffnung wollen glücklich werden wollen nicht alleine sein aber was nützt das emotional an jemandem festzuhalten der uns nicht gibt was wir brauchen das führt dann wiederum verlust des selbstwerte das führt dazu dass man seelisch angeknackst ist und das darf einfach nicht sein hier kam es zu einer trennung und ich muss jetzt leider sagen und das will ich auch nicht verschweigen wer jetzt noch nicht die entscheidung getroffen getroffen hat sich von einem gegenüber einem wunschpartner zu separieren könnte im november tatsächlich diese entscheidung treffen aber liebe leute diese entscheidung ist zu eurem wohl zu für euren selbstwert für eure selbstbestimmung für ein klares nein zu menschen die eure kelche nicht füllen weil mit ungefüllten kelchen kann niemand leben der mit wolken luftschlössern vielleicht hat hier auch jemand versprechungen gemacht die er oder sie jetzt nicht halten kann oder nicht halten will ok gucken wir jetzt mal auf den 3d bereich hier haben wir das ast der schwerter und das ast der schwerter ist immer eine chance und das ast der schwerter ist eine chance auf erkenntnis und wissen und eine chance auf wahrheit und wir haben hier eine adler energie liegen und die adler energie ist immer sehr sehr gut mit 3d meine ich immer job geld selbstständigkeit projekte was auch immer im 3d leben bei der wichtig ist bei bei allen gefühlen und einem spiritualität dürfen wir ja 3d nicht außer acht lassen weil im 3d müssen wir zurecht kommen ob wir es wollen oder nicht erst der schwerter im berufsbereich könnte eine chance sein durch eine situation durchzublicken die wir lange nicht klären konnten es kann im ernst fall hier auch um wahrheiten gehen die unliebsam sind und du wirst tatsächlich im november auch dazu neigen weil du bist jetzt hier in einer schwert energie du bist zu einer königin zu einem könig geworden illusion lässt du nicht mehr zu und das passt sehr gut zum ast der schwerter lass uns das mal kurz hinterfragen was das ast der schwerter jetzt hier sagen soll hier geht es um zielsetzung hier geht es um den kompass den inneren kompass und der kompass sagt uns immer wo ist unser lebensweg wo soll es hingehen ja du gewinnst klarheit wo es hingehen soll oder wo sich eine bestimmte situation hin entwickelt das kann deine selbstständigkeit sein das kann irgendein projekt sein das kann aber auch deine normale festanstellung sein was kommt jetzt noch vertrag wir haben hier einmal den turm und wir haben hier ein amt liegen wir haben hier das kann verschiedene bedeutung haben jetzt muss ich mal ganz kurz in mich reinhorchen vielleicht kann es bei einigen von euch tatsächlich so sein dass ihr bei irgendeinem amt irgendwas anmeldet und dass euer lebenskompass in richtung unternehmertum geht das wird aber nicht bei jedem so sein vielleicht wird aber jetzt da wo du arbeitest vielleicht hast du auch nur einen befristeten vertrag und es kann sein dass du jetzt nachricht bekommst dass dieser vertrag weiterhin befristet wird zum beispiel also was auch immer es kann tatsächlich ein vertrag mit einem großen unternehmen sein es kann aber auch eine anmeldung sein dass du selber freiberufler oder unternehmer wirst es kann aber auch sein dass ein befristeter vertrag erneut befristet wird und vielleicht erkennst du das kann auch bei einigen leuten von euch der fall sein dass du wie soll ich das jetzt sagen jemand bist der sehr gut alleine arbeiten kann bei einigen von euch kann es aber auch in die richtung gehen es kann auch in diese richtung gehen dass zum beispiel ein vertrag sich trennt aber nicht deswegen weil du gekündigt wirst oder sowas sondern weil du diese entscheidung triffst denn das ast der schwerter ist auch immer eine chance und hier scheint im november irgendeine chance aufzukommen die deinem inneren lebensweg deinem kompass dient vielleicht bewirbst du dich bei einem größeren unternehmen also hier gibt es alle möglichkeiten sowas haben wir jetzt in der ersten woche und wir haben hier zwei energien und diese energien stehen bei der kopf also die liegen in umgekehrter vorstellung das bedeutet immer dass erstmal die normale bedeutung vielleicht ein bisschen verstärkt wird dass es ein bisschen ins unangenehme geht es kann aber auch bedeuten dass die einflüsse von außen kommen alle kartenleger deuten diese unnatürliche position so wie man es nennt immer etwas anders ich nehme immer beides mit rein hier kann es sein und das kriege ich ganz deutlich rein dass ihr es müde seid euch mit irgendeinem blender abzugeben oder einer blenderin bitte liebe männer männer und frauen sind hier gleichermaßen angesprochen wir haben ja hier eine unbefriedigende situation im zwischenmenschlichen bereich liegen und diese situation kann etwas die kann etwas damit zu tun haben dass man es hier mit einem blender zu tun hat einer blenderin jemandem ja der sich als könig oder könig darstellt es kann auch eine frau sein aber letztendlich nur ein blender ist und wenn diese energie auf dem kopf liegt dann deutet sie leider gottes auf eine sehr unaufrichtige und trickreiche persönlichkeit hin das hier ist ein könig der stäbe ist jemand der ist von zielstrebig eine führernatur jemand der mit meinem leben steht der immer spaß haben will und bewegung und das ist jetzt jemand der so sehr unaufrichtig ist der könig der stäbe ist nämlich an sich nicht unaufrichtig ja das ist eine feurige persönlichkeit aber gesetzt die ist bei sich selbst aber diese person hier nicht und jetzt verstehe ich auch warum hier die achte der kelche liegt in eurem zwischenmenschlichen bereich ihr habt hier nämlich die neun der stäbe liegen und die neun der stäbe ist das verzweifelte kämpfen um eine sache und jetzt wird dieser kampf führt dich zu einer einsicht und diese einsicht ist dass du dich müde gekämpft hast dass du es müde bist alleine zu sein weil irgendjemand dir hier irgendeinen bären aufbinden will das heißt in der ersten woche solltest du sehr sehr vorsichtig sein im november lass dir keinen x für den ufer machen und wir haben ja hier schon an bei den eingangskarten gesehen dass das nicht möglich sein wird weil du gerade im november ganz ganz klare entscheidungen triffst nämlich für dich und das was du brauchst und das was du willst einige von euch können in der ersten woche im november beruflich eine kleine schlappe erleben nicht in der form ich sehe auch keine kündigung ja das sehe ich hier nicht aber ich könnte sehen dass es am arbeitsplatz zu einer enttäuschung kommt vielleicht habt ihr um eine führungsposition gekämpft und jemand der wesentlich weniger kann und wesentlich weniger fleißig ist als er weil der könig der stäbe auf dem kopf ist auch faul könnte da hier als gewinner aus einem konkurrenzkampf hervorgehen muss ich leider auch dazu sagen macht euch nichts draus ich kann euch nämlich eins voraussagen dass dieser typ hier oder diese dame oder dieser herr nicht lange auf dieser position bleiben wird in der zweiten woche im november gehst du in eine neue planungsphase und suchst nach deinem eigenen inneren licht die zwei ist erstmal eine überlegende eine passive position wo man dann erstmal zwischen diesen stäben durch will welchen weg soll ich gehen diese aktivität diese aktivität und welchen mittelweg gibt es für mich passt hervorragend hier zum ass der schwerter und passt auch hervorragend zu einer königin der schwerter die ist nämlich planvoll ja die durch drei durchtrennt mit ihrem schwert die nebel der lüge der feigheit oder sonst irgendetwas und plant und organisiert und schaut hier auf das machbare bevor wir etwas neues anfangen egal privat oder beruflich müssen wir ja auch erstmal klar sein wohin soll die reise gehen für welche aktivität und entscheide ich mich und das tut er in der zweiten woche das heißt aber auch und das ist nicht nur negativ sondern das bedeutet einfach kommt auch in der zweiten woche im november zur ruhe dritte woche november sieht schon wieder ganz ganz anders aus denn hier sieht es so aus dass aufgrund eurer entscheidung und dass der stern der hat auch immer was mit der verbindung zum himmel zu tun mit dem schicksal es scheint so zu sein in der dritten woche im november lieber wieder dass man dir einen lange gehegten wunsch erfüllt und das kann alles mögliche sein das kann sein dass man dir vielleicht jemand neues schickt weil du eine lektion gelernt hast nämlich nicht unter deinem wert dich unter deinem wert zu verkaufen oder weil du vielleicht etwas anderes gesehen hast begriffen hast was du vorher nicht begriffen hast im beruflichen bereich du kannst dir sicher sein dass wir in der dritten woche im november tatsächlich ein wunsch erfüllt wird das wird eine sehr sehr gute woche vierte woche in der vierten woche haben wir hier die zwölf den gehengten nein jetzt nicht direkt wieder abschalten der gehengte ist eigentlich keine schlechte energie weil wir haben hier den stern liegen in der dritten woche und hier ist es ein kleines bisschen so vielleicht hast du in der dritten woche eine idee eine inspiration oder vielleicht auch eine unglaublich erfreuliche begegnung aber es wird nicht so sein weil wir haben hier noch so ein bisschen passive energie im november typisch für den november die es erfordert dass man noch ein bisschen geduld mitbringt das heißt um deine pläne und seine idee zu verwirklichen musst du eine andere perspektive annehmen das heißt du musst ein bisschen umdenken der gehengte ist spricht manchmal für positionen wo man erstmal nicht raus kann das kann zum beispiel sein beispiel du bist noch angestellt willst aber was neues machen du hast aber eine kündigungsfrist es kann auch sein dass du jetzt plant vielleicht unternehmer zu werden du hast eine ganz tolle idee aber du musst doch ein kleines bisschen sparen oder sowas ja solche sachen meine ich jetzt hier sieht es so aus dass das potenzial da ist es kann aber auch sein dass du dich selbst limitiert in der letzten woche im november ja das kann durchaus sein wir haben hier zwar eine königin der schwerter liegen aber du hast noch ein kleines bisschen was zu verarbeiten und die königin der schwerter ist das sehr sehr gründlich was das verarbeiten angeht was bedeutet der gehengte hier die anderen sachen die sind eigentlich relativ klar aber ich frage noch mal nach dem gehengten was bedeutet hier der gehengte werden wir einmal den hund das kann stehen für kollegen für geschwister für freunde aber auch für eine position als mitarbeiter als angestellter und wir haben jetzt das kind ja es geht hier also um einen neuanfang es kann sein dass du aus irgendwelchen gründen diesen neuanfang noch um etwa 13 wochen verschieben muss das war das was ich jetzt wissen wollte was das hier bedeutet es kann auch sein dass es hier wenn es im beruflichen bereich eine entschuldigung gegeben hat dass man jemand anders bevorzugt hat oder so diese person weil man wird das erkennen erkennen dass das hier ein blender ist oder eine blenderin dann wird diese person auch nicht länger als 13 wochen auf ihrer quasi unehrlich ergatterten position bleiben also der november ist herausfordernd will ich dir ganz ehrlich sagen lieber wieder schauen wir mal auf die quintessenz der rat der karten führung übernehmen führung übernehmen und die königin der stäbe ist jemand der charisma hat also ganz ganz wichtig dein kreatives charisma auszubauen und so auszuleben du solltest in diesem monat november sehr gut für dich selbst sorgen und ich einen teufel darum scheren ob du jetzt irgendeine position oder den oder die die bekommen hast im privaten bereich macht dich schön wohl das beste aus dir raus sei kreativ weil es kann sein dass du vielleicht auf andere menschen ein bisschen sehr kühl wirkt sehr rational und das mag damit was zu tun haben dass du halt viel erlitten hast und deswegen ein bisschen in so eine verschlossene energie gekommen bist und dir wird angeraten so noch ein bisschen expressiver zu werden dann dich selbst mit deiner feurigen energie etwas mehr in den vordergrund zu stellen das ist jetzt eine legung muss ich wirklich sagen zum schluss hinterfrage ich noch mal was hier ist mit diesem könig der stäbe auf dem kopf ja du dachtest es wäre die person die für dich gemacht ist aber es kann sein dass diese person sich noch von einem ex partner nicht gelöst hat oder dass du dich von dieser person noch nicht ganz gelöst hast siehst du das was steht hier noch im weg ich habe vorhin davon gesprochen von selbst limitierenden gedanken und auch wenn man immer sagt beruf und privat sind man trennen wenn man privat eine schlappe erlebt hat dann überträgt sich das sehr sehr schnell auf den beruf ja also man kann das nicht ganz trennen weil wenn das wenn man nicht die kelche gefüllt bekommen hat und das selbstwertgefühl sinkt dann wirkt sich das auf das ganze leben aus nicht nur auf den privatbereich bleib ruhig lieber wieder und auch wenn die dinge noch nicht ganz so vorwärts gehen im november wie du es möchtest in deiner impulsiven art plane in ruhe fasse deine ziele ins auge und hab geduld lieber wieder lass mir ein däumchen da oder auch ein kleines abo und wenn du willst sehen wir uns zu den jahreslegungen wieder oder auch im dezember macht gut schluss schluss